Sie sind hier, 6. Juli 2018, 17.35 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Reustendrente war bis 2012 bei Real Madrid Urheberrecht, Getty Images, Linksverteidiger Reustendrente gibt sein Comeback im Profifußball. Der frühere Realprofi unterschreibt einen Vertrag in seiner Heimat. Ex-Realprofi Reustendrente kehrt in den Profifußball zurück. Erst im November verkündete der 31-Jährige sein Karriereende, um sich seiner Laufbahn in der Musik zu widmen. Nun startet Rente in seiner niederländischen Heimat bei Sparta Rotterdam einen Neuanfang und unterschrieb einen Einjahresvertrag, ich bin nicht so gut für Sparta. Ich bin ein gewöhnlicher Typ, der alles für den Klub geben wird. Rente hatte im August 2008 bei Real Madrid unterschrieben, kam dort aber nicht wirklich zurecht, bis er 2012 die Königlichen verließ und bei fünf weiteren Vereinen sein Glück versuchte. Vor zwei Jahren entschied er mit dem Fußball zu pausieren, um seine Karriere als Rapper voranzutreiben. Doch nun unternimmt Rente einen neuen, wohl letzten Versuch, im Profifußball. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!